Da liegen meine restlichen Sachen dahinten. Glaub sie dir. Ich bin dabei. Wenn die blaue Shards. Können die was? Water Shards? Keine Ahnung. Nimm die mal mit. Alle Shards sind wertvoll zum Zaubern und so. Alle Shards sind gleich scheiße. Ja, jetzt ist mein Invent auch voll. Dull Shards auf keinen Fall liegen lassen, dann kill ich euch. Was ist das? Oh, ich spinne hier oben. Was für Shards? Das sind die Hellen. Okay, ich hab den Ofen und alles gerettet. Ich weiß noch nicht, wie ich aus der Spalte wieder rauskommen soll. Na, Paul. Ah, ich kann mich ja zu meinem anderen Dingens. Meine Fackeln, die hab ich auch noch. Ups. Aber ich hab 15 Level, ey. Ja, ist klar, da kommt erst mal ein Creeper um die Ecke. Ich hab dich auch, mein Lieber. Ich bringe mich erstmal fast in Lava, ey. Ja, wenn er schon mal da ganz unten rumhängt, ne, dann bringt mal bitte Dias mit. Ich bin 22 und mir geht's grad ein Stück runter. Ich geh mal noch ein bisschen weiter unten gucken. Vielleicht staubt halt da gerade über irgendwas. So, ein lieber Ofen. Ich hab 62 Kohle, nice. Oh, ich hab gar nicht genug, äh, für'n Ofen. Ich hab bald mal einen zweiten Stack voll. War das Ofen? Oder Kohle? Ja, ich sammle Ofen. Achso, ja gut. Okay, das ist gut. Ofen-Sammler. Was sind denn da so viele Ofentypen? Für Ofen-Massi? Ah, hier ist Gold. Wollt ihr nicht Gold irgendwie haben? Ja, 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 nehm alles. Ja, bring alles, bring alles, was ich... Ich hab aber keine Eisen-Sack auf. Achso. Was? Ich seh' dich irgendwo... Ah, hier. Hast du eine? Affen auf den Kopf. Ahne, ist ne Katze. Ja, ne, ist ne Katze. Ja, diese... Du musst mir das unbedingt mal zeigen, ne, wie das funktioniert mit dem Ort. Ach ja, genau, ja. Ey, ich will den auch. Ah, man kann ja jetzt... Du bist schon dabei, man muss den nur aktivieren, so. Ja, ich wusste noch nicht, wie der heißt. So, ich seh' euch da unten rumgegeben. Ich seh' euch da unten rumgegeben. Ich seh' eure Namen. Ihr seid gar nicht so weit voneinander entfernt. Nee, wir haben uns auch eben die ganze Zeit gesehen. Achso. Ich hab' dich ja nicht allein lassen, ey. Nein. Richtig, er muss mir ja erzählen, sonst sterbe ich nochmal. Na toll. Ich hab' nur 19 Iron, wie kann das denn? What? Ich hab' 20. Ich hab' 48. Dann kommt mal... Kommt mal hoch hier, bitte. Warte mal. Ich will mal eben gucken, wie oft ich gestorben bin. Ich zähl' mal eben. Guck' mal noch, ob ich nicht hier irgendwie Diamanten noch bin. Okay. Zwei. Da geht's noch tiefer und mehr Gold. Fünfmal hab' ich gestorben. Nur? Nur, ja. Da kam mir mehr vor. Weiter. Mal eben schnell eine Eisen-Spitzhacke, ja. Ich hab' es explodiert gehört. Oh, der war aber zum Glück ein Stück weg. Ja, glückerhaft. Hat mich nicht so richtig erwischt, aber ich bin irgendwie... Blatt, äh, einmal durch die... durch die... durch die Bekruft hier wieder... gestogen. Wollen wir schon mal ein bisschen Gravel, also im Prinzip Flint einsammeln oder so? Brauchen wir uns irgendwas? Ja. Glaub' ich gar nicht schlecht. Wieso? Der Gravel gammelt hier genug rum. Für den Pulverizer. Den Pulverizer. 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 Aber aus goldenen Nuggets kannst du doch Dingens machen. Das dauert ja so viel. Und wenn ich jetzt einen Goldbusch mitnehme und dafür irgendwie fünf Eisen da lasse, weißt du, wie ich meine? Ja, gut, ja, dann. Nutze ich nicht, glaub' ich. Ach's Eisen, da wo du explodiert bist. Oh, und da hab' es Lazuli. Ähm, Lazuli. Ich baue hier oben... Lazuli ist super wertvoll. Ich baue hier oben mal eine Kiste, dann können wir uns gleich austauschen, dann brauchen wir nicht jeder den ganzen Stress haben. Ja, genau, ja. Ja. Good idea. Yeah. Wir kommen dann gleich zu Pia. Boah. Genau, ihr kommt dann hier hin und dann können wir mal gucken. Die ganzen Charts, die werden wir ja wohl doppelt haben. Ich hab' einen, ähm, einen Lilan-Chart gefunden. Ist der gut? Einen was? Ja, ich hab' auch schon... Wiss-Charts sind das. Die sind ganz gut. Aber, ähm, Fire-Charts haben wir zum Beispiel beim letzten Mal super wenig gehabt. Jetzt hab' ich schon 17 Stück. Was? Irgendeiner von euch hat da so'n lilanen Charts liegen gelassen. Ja, ich hab' nichts, ich hab' keinen Platz mehr. So, dann nehm' ich die gleich mal auf. Weil ich hab' hier noch Redstone gesehen. Butterstein. So. Ja, warte, ich sammle die eben ein. Oh, nur so wenig. So. Drei blaue Erze, die ich nicht einsammeln, also abbauen kann mit Stein. Ich weiß aber nicht, was das ist. Weil ich glaub' ich weiß, was das ist. Hellblau, ne? Einer ist hellblau, ein anderes dunkelblau. Und ich glaub' ich hab' hier noch die Quarzsacke, die müsste das können. Obwohl die auch schon... Ach, die da! Ja, die kannst du da draufstehen. Da hab' ich draufstehen. Ja. Das LED, aber das eine ist Silber. Das ist ganz gut. Sieht ein bisschen aus wie Dias. Ey, da war ich schon nicht genau drauf. Mhm. So. 20, ähm, Eisen hab' ich jetzt. Was mach' ich davon? Ähm, äh, Tools, oder? Für eine Chestplate? Achso. Also Tools, ich hab' eine Iron Pickaxe. Ich würd' sagen, dass, äh, dass wir auf jeden Fall jetzt Rüstung brauchen. Weil ich hab' eine Iron Pickaxe, die können wir uns teilen. Eisenschwert vielleicht noch. Für wie viel brauchst du denn, ähm, äh... Wie viel Eisen brauchst du für eine Chestplate? Man. Achso. Äh, neun. Ne. Acht. Acht. Ja, ich hab' auch noch, ähm, 32 Eisen. Pass auf. Ich mach uns erst mal eins, zwei, drei, drei, zwei. Hacke hab' ich jetzt auch wieder aus, ähm... Ich kann nichts mehr aufnehmen. Aus Quarz. So, ich hab' jetzt zwei Hosen gemacht, wenn ihr mir jetzt den Hosen bringt. Ja. Weil ich... Weißt du, wie das ist, ne? Man kann's nicht lassen, hier, siehst du überall... Ja, ja. ...das ist ne Mine. Oh, geil. Dann kommt erst mal hoch. bitte macht ihr dann weiter aber ich habe mir einen hatte mir einen schon gemacht gehabt wie komme ich an dir vorbei bitte ihn doch mal ganz nett vielleicht klappt das hat geklappt ja das echt eine mine ich hab's auch gefunden so einfach so ein durchgang so eine brücke ich werde natürlich schon abgeschossen habe ich jetzt mit einem ofen bis ich mein schwert in der hand halte er ist tot jetzt habe ich auf jeden fall ein waypoint zu unserer kiste dann können wir gerne da reingehen mal kurz aber erst möchte ich auf ausgerüstet sein aber ich komme hoch jetzt gleich den enderman angeguckt so ich habe jetzt bis auf eine chestplate meine rüstung komplett weiß nicht wo es rausgeht lang warte mal auf mich ja ich komme da mal runter und bist du da dran vorbeigekommen muss springen und schwimmen bin ich bei dann komme zu mir meine kinder ich muss einen wegpunkt noch machen ja ich mache mir auch mal aber ich weiß nicht ob es nur einer ist bei 34 und 1 2 3 4 5 mindestens aber unten drunter ist direkt klar und mein ganzes zeug ist in die labe auch irgendjemand brennt ja ich habe ein leckes dev teleportiert den tp die ich mal zu mir aber jetzt bin ich auf dem falschen knopf das fehlen steckt eine suche neue mitspieler okay sind mehr als fünf sechs diamanten wir haben kein eisen mehr jetzt ne ich habe so viel ich habe dir vorhin gesagt kommt hoch du sie hier muss aber noch eben und ja du weißt du wie es ist ein bisschen noch da noch mal lassen aber hast du hast du ein ding hast du reisen ich mache mir gerade in ofen habe ich ja ich mache mir schnell eisenpick ex kohle habe ich ja genug doch ultra viel gold aber du bist so ein depp du lernst auch nicht dazu dass man unter sich in einer höhle nichts abbaut lerne dazu von mir wie man fällt also ihr seid gar nicht weit entfernt von uns okay das ist gut wie man hier rauskommt ja seht ihr mich nicht ihr müsstet mich eigentlich sehen ich brauche ich muss mir erst allerdings machen ganz auch welche machen weil oder ein körper aus dem kopf was ja also als das war kein wollte haben kann ich machen ja ach wieso renne ich dann dafür wieder hoch ich steppe ich bin das was ich so 64 und das ist mein inventar wieder voll immer steine noch oder so 34 liegen da thank you warte dann gebe ich jetzt fackeln das dix brauchst du auch noch den stück kann ich dir anbieten und hier ist 32 fackeln dann mache ich eine kiste blösen stuff nix hast du nicht gekriegt dann habe ich wieder aufgesammelt hier vor dir da packe ich mal schneide kiste hin voll beladen brauchen wir dann brauchen wir nicht da ist noch bei uns auch nicht so viele pfeile eingesammelt von meinen ganzen sterbaktion und redstone hatte ich auch schon ich habe noch richtig viel eisen gefunden damals gleich wieder neues denn es ist so ein hell gelber schad ich wollte die diamanten ab ja und dann war es unten drunter ist gegen sie nach hause ja unten drunter ist und ich habe den einen der eine war die rückgabe aber ich bin zum glück eingesammelt wir können uns auch unterbauen und die lager zu machen oder so